Reade! Let's go! Auf gehts! Auf gehts! Du spielst Cypher auf jeden Fall. Mach Cypher, das war voll gut. Kannst du alleine halten. Weil du der beste Spieler bist bei uns. Best Cypher Germany. Best Cypher EU West. Yes, of course. Alright. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Alter. I make it right, I make it right on the walls. I make it right, I make it right on the walls. Da ist mein Kollege, bring ich mir gleich erst mal 20 Nuggets mit vor McDonalds. Alter, geil. Danach soll er bei mir vorbei. Ist er auch bei mir? Nee, nee, nee. Quarantäne. Was soll er? Eric, hallo. Social Distancing. Wähl, 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 wähl. Wähl ein Schau aus. Der Erische. Auf geht's Jungs. Ich beliefer. Die Blüte schwankt im starken Wind. Doch ich bin keine Blume. Und was ist denn das? Ein Barcode. Was ist denn das? Du musst abfotografieren, gib ein Key. Ja, musst du abscannen. Gib ein Key. Schwarz, mach keine Account-Tasche. Halt, komm nochmal schnell zum T-Test-Bund. Schnell, 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 schnell. Wir müssen noch eine Runde machen. Schnell, 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 schnell. Nein, lass doch weiter. Das ist eigentlich auch eine ganzes Team-Building-Maßnahme. Team-Building. Ich hab keine Zeit dafür. Also renn, Roddy! Nimm deine schicken Beine in die Hand. Du bleibst hier. Wir pieken wieder by the window, okay? Oh, das wird gemacht. Aber Justin-Time. Oh, ich bin nicht ready, Alter. Fuck. Schieb, Eric, schieb. Okay. Eure Kameras sehen sich. Bisschen wie jetzt, ne? Nein. Ah, hoffentlich hat er meine Kamera nicht gesehen. Die blinkt auch so schön. Fokus, Männer. Die machen gleich ein Go irgendwo. Ja, das wird gleich richtig träglich. 100% Land. Oder? Oh, ich walle jetzt hier. Komm raus aus dem Mac. Das ist unser Smoke. A und der C. A und der C. Der klemmt auf jeden Fall noch an. Ich glaub, die stehen vor C oder vor A. Ich geb B auf. Die machen unser Ding vorbei. Die machen unser Ding vorbei. Schieb durch. Der C wird's. Der C wird's. Das sind alle geslot. Die zusammen. Ein Garage. Crash. Nein. Noch einer lang. Noch 10 Sekunden. Spike platziert. Ach, schade. Ach, schade. Starte. Schade. Ich hätte gedacht, die Gummerei. Waren echt guter Rachen. Waren echt guter Rachen. zu Erik. Ich bin Anti-Eco. C ein Pfeil. Einer von B auf dem Ding schieben. Garage. Bin schon dabei. Bin schon dabei. Soll ich C wegwollen? Push einfach hinten durch. Nein. Noch ist frei. Einer ist dort. Cypher steht noch lang. A lang. Lass A gamblen. Wir machen alle Argo. Komm mit. Wir gamblen. Meinst du? Ja. Cypher campt hier noch die ganze Zeit. Ja. Lass gamblen. Scheiß drauf. Das ist Eco. Wird lieber. Okay. Wart mal mal mit auf B. Der klemmt die ganze Zeit hier immer noch. Ob einer von hinten pusht. Wir brauchen ein Spade Setup Core. Hast du nur Flash noch? Ja. Dann stelle ich hier hin. Ja. Hab Flaschen nicht vor. Soll ich dann kurz flashen? Ja. Klemmt die immer noch? Mhm. Was für die afraid? Ja. Noch 30 Sekunden. Warte. Bist alle Säune. Wir nehmen zusammen Garage 1, ok. Zusammen war ja gilig. Ich gebe jetzt hier. Was war ja? Ich mach stress. Ach du inferces immer military hat. alter was ist das für ein server was ist das für ein server man ist kann nur wir hatten nur pistols kein 128 pc und die haben es zweimal spiele nächste runde stammt ich mit aber geht uns gerade sache alter und jetzt dann im mund ja das wollte ich von rolle ja dachte ich wäre seine kennt ist kaputt aber okay ich bin ganz hinten in der ecke ich bin nicht mehr bei dir koher b kommt was oder c b oder c das spiel die das macht gar keinen sinn spielen langsam damit wir alles verwerfen werden ab und zu mal schnell kommen wahrscheinlich ich rede die überhaupt nicht das macht null sinn für mich sonst egal dass wir alles ja wo ganz kurz beute ja klar kilo braucht auch nur auf geht's wechseln sie jetzt auch in stil keine ahnung auf geht's auf geht's die schleichen ab und schießt von außen die haben der ecke gemacht wie das gleiche wieder erik also jemand hat eine kamera zu fassen ich trau dich die werden die 100 pro schieben bei denen bin ich mit sich der kampf und richtung war drauf was das was das keine ladung übrig die spiel so def natürlich wird er jetzt mal pushen weil wenn das noch mal wie ganze runde da vor schleichen dass die c ist denn ist eher gering da kann man schon mal eins von ausschließen wenigstens einer wird die wieder vor schleichen ja dann schießt man die kasse gibt ihm in der lese links er ich hole die punkte ja einer garage und die c ja nein transport richtung sieht hier einer gibt mir eine leiche wenn hier liegt noch eine waffe auf eric auf unserem brimstone es ist ein langes ein ablauf eric hat reingepadet die haben richtig bockt kann schuh mir legen mit einer sache nämlich kräft auf geht zusammenreist volle konzentration ich würde gerne erstmal daraus gucken und ich wollte halt mal gucken ja wo wir zu schieben garage kommt 21 kommt voll nicht ins spiel nicht irgendwie nicht dass sie wieder da zieht ihr kommen und einen weg holen kommen wir sieht die kommen alle glaube ich eliminiert ja komisches mache juckt uns immer wenn die jungen kriegen sie noch jeder runde 100 prozent das gleiche ja die gehen aber denke ich zähle ich mal weil wir nicht piken dann schleichen ich mit der selbst bleibst du auch nicht wenn er reinkommt habe ich wird sie meinst du ja ich hab nur holt sind schon zeit ein die verschieben die verschieben die haben ich nicht gesehen ich bin in der ecke die sind vollgas rein vollgas rein einer ist noch lang oder kommt noch 30 sekunden einer minus 50 kurz auch noch drei scheiße dann ist glaube ich hochkult auf geht's jetzt konzentrieren was machen wo gehen die denn immer durch die fäden immer zehn gehen dann scheiß auf die fähigkeit erst mal ja ja das problem ist dieser scheiß weil es nervt mich so oft sie stell dich mal vor die kiste dann sieht er dich nicht hinter der kiste ja ich bin nicht mit dem kaputt macht lassen dann sieht er dich trotzdem okay sobald du schießt sie dadurch bitte waren selbst ohne kommen lang geflogen das sind ja oder c mitte kommt in der richtung garage lang ich hab lang auf das ist freundlich eben nicht ab b b b b b b eine hintere zeit und noch rüstet und noch ein sport war noch eine window wahrscheinlich ja ja schön wir sind zurück im spiel und ich stehe direkt wieder auf sehr viel und einer ja ich schiebe auf und lass mich mal kurz mit dem machen die haben dein ding kaputt dein auto kaputt sprachprobleme weiter schlafen wir ein sie freien kommt in 20 minuten noch kommt die durch 50 hp 50 haben noch einer ich wollte gerade meine e schmeißen ich bin noch nicht im game keine ahnung ist live rat die pet shots jetzt auf geht es war fast ja warum nicht so was kein bock oder ein bisschen kacke ist man bock ich finde in dem game für eine richtige die die weiße so richtig übel drücken ich schlafen eine runde nein es ist einfach keine kämpfe auf allein ist jetzt zurückgegangen bitte das war aber nichts mehr voll drauf von mir ich hab C, A hab ich auch noch mit Cam sehr gut dann ist eigentlich alles gedeckt alles deine smoke beim holz der hat keine zeit der muss wenn du durch mehr macht sich deswegen ist er dabei die hatten nämlich jetzt gesehen da an der meck da muss ja wohl langsam dahin geschlichen sein wahrscheinlich geht du da und ich bleibe hier fenster also es ist du hier da ich hier ist gut jetzt haben wir es dafür zu bitte mit holt die kommt er ist so rumkämpft und jetzt hier ich lasse sie offen okay kann man sie retex spieler ich mache jetzt zu wollten irgendwas machen ich gehe auch so und er schreckt mich so ein altes herz hält es nicht aus mitte komplett frei ja ja noch zwei noch noch zeitstück für uns nach zehn sekunden der stadions ich kann auch einfach motor rauskriegen also die stehen da immer zu dritt das ist ein bisschen was dann bekämen ich warum machen dann wird schnell das war die mitte die kamera ich glaube mitte b wir haben noch old von erik alles gut kommt sie bitte kommt sie bitte kommt garage viel viel noch zwei abp jetzt macht ja ja und bleib weg bleib weg jawoll sehr schön genau so letzte Runde ja safen wir die Arme entweder war das jetzt ein Meme oder Pseudo dropp mir mal die Arme jetzt Pseudo gib mal die Arme jetzt Standardaufbau Standard die Bombe ehrlich Ronny, ist live ja ich mach hier auch grad nix irgendwie als gefühl so bringt mich ins Spiel jetzt bitte wir spielen erste Runde du aimst C ab und wir bauen mit auf ja auf gehts wir haben besseres aim ich nicht aber ja let's go jetzt auf gehts bock teifer spielt a von denen ruhig bleibe please c sage ja die kann ab wollen machen wir machen wir warte ich werfen können wir können wir nicht zu zu viert jetzt hier über connector gehen ne sie macht das mit dem slowback zwei in der Mitte also woran hat sie noch die lokation bitte erik vor die Tür da irgendwo pass auf ich habe den spike aufgenommen geh rein er ist probier oh nein ich will pull on spot bei C ich an die wolle back up on spot hä das ist doch noch Zeit das ist immer noch spot das ist immer noch spot 2 ja ich verarsche hä oh on spot on spot das waren die Sekunde heal ja 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 warte kurz das warte ich doch oh das wird aber dann eine enges Geschichte keine ladungen übricht das wird aber nach zehn Sekunden schade nein das war doch nicht schade oder nicht ja ich gebe ihm minus 26 im fuß das spot war scheiße dass wir nicht geblickt haben was sie danach steht alter die war da plötzlich war sie weg ich dachte ja die stand in der smoke vom Kilo glaube ich in diesem komischen kringel da egal knappe runde wenn die zu knapp sind ist gut für uns erst dachte ich ja dann auch oder was gegen kaum einfach aber das ist nein 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 verlass dich auf mich alter lass mal gucken wie die spielen noch vorschleiche okay ähm Kommt gleich ja da ist er rechte Seite alter was ist das für ein Einschusslock schieb ich in der AWP oder ich werde mich glaube ich gsee 2 C nehm ihr verstanden ich fake ich fake A fake A warte mitte da chillt nicht sein warte noch ruhig noch jetzt jetzt dann kommt offensiv scheiße er stirbt nicht im eck ich habe es fenster und auf der lebende spieler gab echte stelle aber jetzt verstehe ich wie lästig meine sein kann so jungs jetzt zählt wir müssen direkt sie alle haben wir mit der anspielen dass wir die äußeren ja ihr müsst ein bisschen schild schild kur und ich mal probiert jetzt das was wir vorhin gespielt haben also auf die wartet immer so fünf bis zehn sekunden und dann kommt so von rechner seite rein alles klar dann stellen wir uns jetzt instantieren und ziehen es ab egal abgetragen gehen wir vor nein da ist noch der ding der phoenix entweder onspot ja geben wir netten die fresse jawohl jetzt jetzt auf c mit meinen scheiß speichern garage steht noch einer garage links steht immer noch garage wo die ich habe mich mal scannen lassen ja ja alle drei ap bleibt einfach so nicht selber geht zurück ich habe ihn wenn er hier rein will ich stehe doch da schon das war richtig geil gespielt ronnie auf c wir haben die da übelst lange noch beschäftigten geht bei mir tatsächlich gar nicht rein der steht vor mir ich glaube ich schieße irgendwo nach ist egal solange wir die runden holen was arbeitet ja scheiße ich rede schon was zusammen mit aufbau muss man gar nicht einnehmen also ich bin mit dem man ganz defensiv ja umso besser geht's dann gehen wir ohne utility rein voll of aim ich habe nein nicht verschießen das steht aber bitte rechts oben rechts hinten beim holz ich wollte ct lege wieder für window ich bin mit dem fenster ja ja die schmuckende aber ja das war ich nicht warum kommuniziert er nicht keiner hat gesagt was er hat ja das ist wieder das jetzt hängt wieder an die das unkonzentrierte lang ja wir müssen wieder mehr reden letzten menschen auch viel mal gequatscht eine waffe kann einmal legen was kilo bis noch da klappe zu ja einer russ ich habe recht mit ross noch nicht am ende können wir hochschleichen hätte kommen die drohne ok ja dann spielt noch geht noch können wir sehen sprechen please ich weiß ich weiß nicht was mit zweiter ist da steht hier rum eric hallo du lebst wieder hat den zwei eric hochschleichen gut eric ab rechts hat jemand hier ist doch egal hast du hinter spot habe ich rechts ja ich muss mal gucken links mit war keine chill noch kann uns noch sehen die kommt noch einer wir machen bringt mich ins spiel ist auf geht's auf geht's wir holen das finale kommen können wir in cfc kaputt genau man hat die steht oben drauf bestimmt bestimmt hatte warte warte ich ziehe oben okay aber reicht so oben ja ich habe links unten ja steht oben auf der box easy frack für uns ja wenn er weg wir müssen zehn nummer probieren boys eric dort ist gesehen ein bisschen selbst gemacht und wir schleichen vor war unser mädchen los wir kommen jetzt über oben auf der box wir müssen die bombe nehmen ich hab garisch ich hab garisch ich hab ct ericom hier raus bitte ich werde wollen keine ladung übrig ich hab gar nicht lokomt auf ct ich hab dich ja und er kommt einfach weg gehen dann sollen wir sie saufen ja natürlich blege ich 5 komm einfach bleib einfach bleib einfach bleib einfach hier stehen das fight geht nicht so weit ok wir müssen wir müssen in cc fake spiele unbedingt ja die verschiedenen porsche im der spike im den spike und dann machen wir ein akku konnte ich kriegen mit eric komm her komm her du smokest wir pieten und dann smokest du c weg okay drei smogs bin ich weiß muss also ct garage und rennt ein rand und mein links ist links soll ich ja mach macht es sogar hat mich gesehen erik kommt die bombe gesehen egal auf diesen immer noch zu zweit auf 10 wieder verschieben soll es lohnt vc stehen bleiben und trotzdem das herrn wieder in der mitte wenn ihr da rennt jetzt keine mehr nicht bieten noch mal sicher ja das ist der kann immer noch links stehen was wollen man go bei 45 sekunden ich habe eine eko übrigens jetzt folgen da steht immer noch links sind was auf doppel das ist nicht gekämpft kommt der doppel los ich bin überhaupt nicht bereit genau vor mir aber du hast den eingeholt ich den anderen also lasse ich noch mal durch meine wahl war auch sehr gut ist egal weiter geht es könnte aber so war wp spieler mit springen kommt okay rechts aber noch ab die seite gehen ja das ist die info ist mir ich habe sie zu zweit oder dritt hier auf zehn langsamer akku ja komm sammelt durch kino kann im bosan ja da steht schon höchstens und zeit werden hier sein soll ich denke ich immer nur alleine was er lang wird eine käme stehen die käme haben schon weggeschossen die war war noch die war auf c diesmal spiegel kannst du da kommen spike tyson oh hey komm bitte steppt wir clean jetzt den spot zu dritt ja da ist einer kommt hier sieht die noch bis zu einer haben ich habe zwei auf c2 auf 30 sekunden geschlotten kein entkommen war ein lang decken ich gehe mal ansprach die haben dann die wahl haben in halben in halben er macht worte kommt sie durch eine haben noch und dann durch schluss hier schon durch pass auf der stadt ich habe ihn meiner ich habe ich habe ich habe wir spielen wieder unser ding geht zurück nach berlin wenn ihr denkt ihr können ja ja aber zweifel cam of c die haben was kannst du dich an zu stören schott ist wenig zwei stücken hinten 40 ja 30 ab hier noch die gehen wir wieder zurück brauchen ihn warte 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 blübsten über phoenix von lode wird verschieben um er kann sich selbst hier hast du kurz ich hab kurz für dich kurz durchgehen wir gehen noch mal drauf hatte er kann zu kommen hast du noch paar smokes zufällig wir sind weg wir sind weg gewohnt 80 noch zehn sekunden auf dem man die aber bock wir kämpfen auf ein neues alles gut ich würde jetzt tatsächlich mal versuchen ja das macht ja wir können im pack jetzt noch mal spielen mit c und dann geht auch anfang wie immer und dann auf warte gleich da nichts sehen aber heißt nichts haben nicht geguckt erik gehören nicht da wenn du da steht rechts da steht rechts so steht rechts mit offensiv mit offensiv ja das bestimmte können wir sehen da muss links hinten rechts links holt noch ja da steht mitte oben drauf bei betrunken okay ich komme so war so war da steht ja ok warte ich steig hoch schleiche ich würde sagen wir kommen über 14 14 sekunden in der smoke vielleicht schon ja das ist so viel gewesen das bleibt nichts machen gehen die waffe den pushen oder die waffen nicht halten können wir machen ja noch geld eigentlich machen wir haben kein geld also doch haben das aber zwei stück nicht ich bin du hast mich wir müssen gucken wo sogar steht und da müssen wir einfach schon wenn es geht ja ich bin immer wieder der politik steht meistens auf c ich gucke mal ob sie wieder da stehen die kaufen die kaufen alles was geht natürlich brauchen wir haben kein geld der eine kann auch keine habe wenn es richtig der spiel anlass bg wenn sie richtig der stehen dann lass hochschleichen mal kurz ich lasse mich mal sehen von dem ulti fall dass du denken wir sind in der zeit steht einer hat den zwei er steht close wir gehen einfach gleich noch mal wäre das war doch nicht erneutlichen bitte da steht da was die bombe was die bombe also ja bereits steht da nicht ja komik dafür so ich war einmal ich noch war noch 30 sekunden wir müssen zusammenkommen noch nicht ich glaube jetzt links ab ja und gut 2212 rechts zwei rechts zwei abgelassen das spieler mitnimmst purchased ja ich weiß ich wusste kam oder gemacht hat egal ob erik mit smoker das geht aber ich habe das wir haben keine mitten kann du schon keine klappe zu was kannst du hier hinter die mitte noch mal versucht zwei cc ist komplett frei machen ein bisschen und wir gehen druck wir gehen okay oder andersrum cc ist immer noch sauber ich wurde gesehen machen aber schnell schon immer noch zwei steaks die versuch zu leben war schlecht helfen pass auf die restlichen für euch selber steht alleine auf c kommt einfach ganz darf gehen ich habe kämpfen die bombe liegt euch beide lang eine minus 11 kann sich ausgedeckt hast du gekillt in irgendeine ecke die müssen wir holen jetzt müssen wir noch mal etwas machen wenn er komplett frei ist ja da ist zu lange gedauert ja alles gut unsere runde jetzt stärker auf geht's schild mach ich probier doch und dann gehe ich zählen gleich kommen einfach mutter fahrt ja ich mach mach ich kann ich nicht soll ich wieder kurz springen ja 32 aber die kamera so links wir können dann komplett rausnehmen wir können dann komplett rausnehmen mit mir erik kommt hat den spike immer jetzt geht mit gesproken 40 sekunden wir müssen was machen vollgas kommt die smog ich hatte noch angst heute ich steig hoch in der smoke wer die bombe bombe nein ich treffe ihn nicht Ich habe keinen Ulti, ich habe keinen Ulti, leider. CTDR, bitte. Oh, jawohl. Alter. Ihr seid echt anstrengend, Alter. Erik, Mann. Die richtig Scheiße. Die Smokks sind echt garbage. Die Smokks sind immer für die Gegner, Mann. Wir haben gewonnen, Alter. Wir haben das Finale gewonnen. Jawoll, ey. Jungs. Geil, ey. Mama Mia. Mama Mia. Ja, moin. Ja, moin. Alter, war das eine knappe Scheiße. Einfach nicht unsere Home-App, ne? Einfach nicht unsere Home-App. Und andere Stürmer. Gratulation an der Stelle. Danke, danke. Alter, das war richtig geil. Puh. So richtig knapp, Alter. Let's go. Ja. Immer alles rausgedrückt, was ging, ey. Ey, krank. Das war richtig feiertes Match, ne? Also, das war richtig geil. Also, das war richtig geil.